Das hier ist nicht etwa Graf Zahl, sondern Paul Ziemiak, Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär von der CDU Nordrhein-Westfalen. Von 2018 bis 2022 war Ziemiak zudem Generalsekretär der Bundes-CDU. Nach dem Abitur, immerhin hatte eins, studierte er zunächst Rechtswissenschaften, bestand allerdings die erste juristische Staatsprüfung nicht. Leider auch nicht beim zweiten Anlauf. Stattdessen begann er dann ein Studium der Kommunikationswissenschaft, das er dann ebenfalls abbrach. In der Politik kann er nun ein Vielfaches dessen verdienen, was er sonst als Hilfsarbeiter verdient hätte. Franz Josef Strauß, der hatte schon recht. Man muss sich diese Gestalten nur anschauen. Und dann weiß man, warum unsere Sendung Patient Deutschland heißt.